mit atlanta nee ich stehe ich stehe da vorne rein ich fahre da vorne die an die insel rand gerade aus hallo grüß euch zusammen mit a pencil oder mit sims und mit atlanta sind wir auf falle wie sieht es aus diesen verteilt zwei schlachtachter gegen ok alles klar als schlechte wir zwei sieben die 28 und 17 ok dann muss ich es regnen lassen ich habe jetzt 13 kilometer reichweite hast in reichweiten zurück investiert ich habe den genommen ja ja mach bei der glaube ich auch so ja ja doch definitiv 13,3 kilometer sind schon besser wie 11,1 ich bin bei der sims am überlegen ob ich in reichweite oder in brandwahrscheinlichkeit dann investieren ich glaube ich glaube da wäre ich eher brandwahrscheinlichkeit auch gern die brandwahrscheinlichkeit gehabt ja gut muss zeit auf dem 5er skill verzichten ja das bin ich noch im überlegen das geht ja auch ja das wie gesagt da bin ich noch überlegen so dann stopp ich hier mal ab wann geht denn die sims noch mal auf das merkst du denn ich meine so ab 7 2 das meine die ist draußen auf b ist was drin ne auf a ich muss das träger jetzt versuchten sie den zerstörer zu toben ja bestimmt dann will mir zeit verschaffen c zu capten ja so muss auf jeden fall schon mal abdrehen vor allen dingen so die ganze zeit offen und vor allen dingen wenn es dumm läuft zwei tops reichen na keine flugzeugtops ne da brauchen wir drei der tobt ihn wirklich aber ok die gehen vorbei ja aber die bombe haben getroffen einmal ja so jetzt müssen wir hier mal kurz warten noch ok wir haben b ich gehe gerade auf kuschelkurs mit dem joko ich bin nur ich darf nur nicht obwohl so ds aus ok dann fahr ich auch mal los die mahan kommt sobald sie wieder auf geht spiel dich lockt vogel ich fahr ganz dicht an die insel vorbei ja gut und wird sie schon bei zeiten sehen ja da hat es eine flugzeuge noch dort naja meine feuerunterstützung meldet sich zu wort ja ein stück gerade ein justieren mache ich auch gleich wenn sie dann wenn sie dann hinter der insel mal wieder vor ist bumm ok antrieb und die tops zerschmissen na dreht noch hat repariert hallo mahan na der ist hinter der insel da komme ich nicht drauf aber der fährt jetzt gleich vor motor zerlegt scheiße der nebelt ja passt auf admiral hipper und colorado sind da drüben ja die hat mich gerade gut getroffen ja ich brauche nur zwei kilometer bis ich drin bin so colorado kann ich jetzt gleich so colorado steht noch jetzt nimmel ne komm ich nicht drauf mac muss drauf kommen auf die mahan ja wenn sie bald schon die insel rum kommen ja ich gehe auf verfolgungskurs wird mich nebenher noch links richtung colorado und hipper orientieren ja die colorado die sieht schlecht aus die hat gerade alle gefressen mhm 13.000 hat sie noch kommt auch bomber und bomber vorne mac ja ja ich sehe es mal mal die flackern die ist ja gar nicht so schlecht auf dem schiff da ich habe ich genommen da muss besser beidrehen wegen der hipper Ja, die nehme ich gerade unter Feuer Oh, dabei Was habe ich zur Bereichweite? 5,5 Okay Also noch 2 Kilometer 1 Kilometer Ich nehme die gleich raus Die frisst ohne Ende Ja Sieht ja nicht mehr gut aus Ich habe sie gleich Super, wieder mein Kil geklaut wurde Komm, brenn du Sau Naja, okay Hat sich Colorado coached Ja, ich muss bloß aufpassen Ich hatte sie angezündet, sie hat repariert Jetzt macht sie mich weg Komm, mehr Karten Da ist die Independence Ja, ja, ich mag sie, ich mag sie Bin dran Und die Mauerhahn Na, ich muss aber erst auf den Nürnberg gehen Die nimmt mich sonst auseinander Oh Nürnberg brennt Independence Frist Brennt Ich schäme dich, die Nürnberg treffen würde Ja, die trifft mich ganz gut Ja, jetzt treff ich sie Ja, die ist sehr schön Da hast du noch die Mauerhahn Ja, aber ich brenne aus Nein Ich komme hinten zu dir rum, die Mauerhahn kommt nämlich Aber so viel habe ich auch nicht mehr 2000 noch Ich habe bloß noch viel 600, 800 500 528 Aber ich kriege die Mauerhahn Die Independence ist schnell weg Okay Die brennt aus Okay, ja gut, dann schieß auf die Mauerhahn Sobald sie kommt Ja, fertig Mauerhahn ist weg Du fährst oben rum, ich fahre unten rum Ja Die Bahn hat ungefähr 2000 6, nein, nein, hast du sie nochmal erwischt? Ja, ja Oh, wir haben gewonnen Wir haben gewonnen Wieder 196 Treffer, wow Aber ich hatte leider nur AP geladen Das war nicht ganz so gut dann Schön, 6 Feuer gelegt Das war eine witzige Runde Ja, 4050 Erfahrung Ich sag doch, ich liebe die Atlanta jetzt mit der Reichweite Ich habe, überlegt euch mal Ich habe Neun, ein und ne Da sind es 50 60.000 Damage gemacht Nice Wow Ich habe noch nie so viel Damage gemacht mit der Wow, geil Danke für die Suchung Bis zum nächsten Mal Ciao 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 Ciao